Unsere Firma wurde 1923 von den Brüdern Ernst und Fritz Nippes in Solingen-Widdert in einem alten Scherenkotten gegründet. Schon damals war klar, dass die Brüder sich einig waren, dass wir hochwertige Manikürprodukte herstellen wollten, die der Solinger Qualität entsprechen. 1950 fand der Umzug von Widdert in die Innenstadt von Solingen statt. Dort konnte natürlich viel besser produziert werden. Nachdem die Produktion an der Kiffhäuser Straße zu klein geworden ist und wir weitere Produkte ins Sortiment aufgenommen haben, mussten wir uns umschauen, um eine neue Produktionsstätte zu finden. 2016 sind wir hier am Straußplatz 2 im Monhoberfeld fündig geworden und haben innerhalb eines Jahres ein neues Produktionsgebäude hochgezogen. Auch heute fertigen wir unsere Produkte noch nach der Solingen-Verordnung. Das heißt für uns geschmiedete Produkte, die den hohen Qualitätsanforderungen gerecht werden. Nach der Rohwarenproduktion werden alle Fertigungsschritte im Hause Nippes durchgeführt. Dazu zählt das Härten, das Pliesten oder Schleifen, der Korrosionsschutz und letztendlich auch die Montage der Produkte. Wir verstehen uns als Manufaktur. Alle Produkte werden von Hand hergestellt, alle Produkte werden geprüft, geschärft, damit sie den Solinger-Verordnungen standhalten kann. Für den nationalen und internationalen Markt produzieren wir heute die gesamte Palette für die Manikürbranche. Hautscheren, Nagelscheren, Hautzangen, Nagelzangen, alles was wir benötigen für den Markt wird bei uns hier in der Firma noch hergestellt. Mehr als 60 Prozent unseres Umsatzes erwirtschaften wir heutzutage schon mit dem Ausland. Tendenz weiterhin steigen. Natürlich arbeiten wir auch auf dem deutschen heimischen Markt und bedienen dort sehr viele Apotheken und Drogerien. Die Firma Nippes steht für Qualität und Tradition made in Solingen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020